Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag möchte ich allen wünschen. Zumindest gilt das für Berlin. Hier ist es immer noch halb Sommer. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen zum Auftakt unserer Biodiversitäts-Online-Konferenz-Reihe Umkämpfte Natur, die ich heute das Vergnügen habe zu eröffnen und sie zu begrüßen. Ich bin Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und begleite die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt seit Ende der 80er Jahre und im Vorfeld des Rio-Gipfels 1992, wo die Konvention verhandelt und ja auch verabschiedet wurde. Ich möchte mich zunächst bei Ihnen, bei unseren Panelisten, unseren Gästen auf dem Podium ganz herzlich bedanken. Mein großer Dank geht an Theo Kling, die ich seit Ende der 80er Jahre sehr gut kenne. Wir haben die Global Environmental Facility, der Weltbank miteinander begleitet und natürlich auch die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt. Schön, meine liebe Theo Kling, dass du heute bei uns bist. Ich möchte ganz herzlich Dr. Kuper begrüßen vom Sekretariat der Konvention. Schön, dass Sie hier sind und ein ganz herzliches Dankeschön geht an Frau Pickel, die heute statt Herrn Bega kurzfristig eingesprungen ist. Schön, dass Sie alle da sind und alle werden gleich von Christiane Gräbe vorgestellt, die uns dankenswerterweise durch die gesamte Konferenzreihe Umkämpfte Natur hindurch als Moderatorin begleiten wird. Mein herzliches Willkommen geht an alle Teilnehmenden aus aller Welt. Wir übersetzen diese Online-Konferenz heute simultan Deutsch, Englisch und Spanisch und ich hoffe sehr, dass alle ihren Kanal finden und Christiane Gräbe wird auch gleich in Folge noch ein paar technische Hinweise geben, wie wir diese Konferenz möglichst auch interaktiv gestalten, dass wir miteinander ins Gespräch kommen zu unserem Thema umkämpfte Natur und natürlich auch zur Konvention biologische Vielfalt. Was sind unsere Erwartungen an Sie? Die Biodiversitätskrise spitzt sich dramatisch zu. Wir verlieren immer mehr Pflanzen und Tierarten und vor allem auch großflächig Ökosysteme. Wir sehen das sehr schmerzhaft zurzeit täglich mit den brennenden Wäldern im Amazonas. Wir sehen ein brennendes Pantanal in Brasilien, brennende Wälder in Kalifornien, in Kalimantan oder in Sibirien eigentlich überall. Globale Berichte wie der Weltbiodiversitätsbericht von 2019 und jüngst der Global Biodiversity Outlook bestätigen, dass wir vom größten Massensterben, vom sechsten Massensterben nicht mehr allzu weit entfernt sind. Mit der Corona-Pandemie ist zudem noch einmal klarer geworden, wie sehr Biodiversitätsschutz auch Gesundheitsschutz ist. Und wir alle hoffen, glaube ich, gemeinsam, dass das Bewusstsein über die Ursachen der Pandemie den Handlungsdruck zusätzlich erhöht auf diejenigen, die politische Entscheidungsträger sind, die Wirtschaftsentscheidungen, Investitionsentscheidungen treffen, dass dieser Handlungsdruck auf sie erhöht wird, mehr und prioritär dem Schutz der biologischen Vielfalt zu widmen. Wir müssen unbedingt die Zerstörung von Ökosystemen, von Tier- und Pflanzenarten, den Wildtierhandel, die Extraktion von Rohstoffen, die Entwaldung, die Überfischung und vor allem aber die fortschreitende industrielle Landwirtschaft, die Treiber Nummer eins der Verluste biologischer Vielfalt ist, stoppen. Wir müssen handeln, ohne zögern, wenn es für die Biodiversität nicht zu spät ist und das Jahr 2021 mit der 15. Vertragsstaatenkonferenz wirklich ein Schlüsseljahr für den Schutz der biologischen Vielfalt werden soll. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnerinnen Rot für die Welt, dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile FDCL und Save Our Seeds wollen wir genau das, auch mit dieser Online-Reihe, informieren, maximal politischen Druck auf politische Entscheidungsträger erzeugen, die Öffentlichkeit mobilisieren, damit der Schutz der Biodiversität mediale und politische Priorität wird. Wir nehmen uns heute zum Auftakt vor, uns mit der Biodiversitätskonferenz zu beschäftigen und überhaupt mit der Konvention. Was hat sie bisher zu leisten vermocht? Wo hat sie Fortschritte erzielt? Aber wir werden uns ganz sicherlich auch der Frage widmen, was die Ursachen dafür sind, dass diese Konvention so sehr wie ein Meilenstein auch in der globalen Debatte um biologische Vielfalt war. Warum diese Konvention es nicht vermag, den Verlust biologischer Vielfalt zu stoppen, warum es nicht einmal gelingt, die 2010 verabschiedeten IQ-Ziele, also wenigstens im klassischen Natur- und Artenschutz die Ziele, die gesteckt wurden, nicht erreichen kann. In welche Richtung die Weichenstellung der für Mai 2021 in Kungening geplante COP geht, ist, wie soll es anders sein, höchst umstritten und umkämpfte Natur. Konfliktlinien und Konfliktfelder, zum Beispiel um die Rolle des Umgangs mit neuen Technologien, oder neue Zielkonflikte zur Frage der Nutzung von Landflächen und Klimaschutz werden deutlicher denn je. Konfliktfelder und Zielkonflikte sind überhaupt nichts Neues für die Konvention. Sie hat es immer gegeben und sie wird es auch in Zukunft geben. Und diese Zielkonflikte sind eigentlich auch schon in der Zielstellung der Konvention angelegt, nämlich Schutz und die nachhaltige Nutzung. Seit langem wird darüber gerungen, wie viel Schutz genug ist, was nachhaltig ist, was zukunftsfähig ist, wem gehört was, wer nutzt was, all das sind schon immer die Konfliktthemen rund um die Konvention gewesen. Längst stehen jenseits der dringend notwendigen klassischen Natur- und Artenschutz neue Themen auf der Agenda, insgesamt nicht nur für die Konvention, sondern überhaupt auf der politischen Agenda. Welche Regulierung brauchen neue Technologien, wie die neue Gentechnik, wie Geoengineering oder Digital Sequence Information, die längst Einzug ins Repertoire von Politik und Wirtschaft gehalten haben, als Antwort auf die Bio- und Klimakrise. Fragen über Fragen, die wir im Rahmen dieser Reihe versuchen zu bearbeiten. Wir wollen uns mit dieser Reihe auch sehr bewusst und eindeutig auf Pfade begeben, die jenseits des klassischen Mainstream-Themen der Naturschutzdebatte liegen. Biodiversität, das ist die ganze Komplexität der Interaktionen der Natur auf die Bedingungen und Möglichkeiten der Evolution des Lebens auf der Erde, von der wir Menschen auf so vielfältige Art und Weise abhängig sind. Biodiversität, das ist für mich das Leben des Lebensfülle, die wir alle gemeinsam brauchen und erhalten müssen, damit dieser Planet lebendig bleibt. Darum geht es. Es geht um alles. Aber jetzt, in diesem Online-Seminar, geht es zunächst und hands-on um unsere Erwartungen an den Biodiversitätsgipfel 2021 in Kumning. Was wollen die verschiedenen Akteurinnen? Was ist umstritten? Was sind die Konfliktlinien? Ich habe nun die Freude, die Moderation in Christianes Hände zu legen. Verbinde das jetzt schon mit einem ganz, ganz großen Dankeschön an dich, liebe Christiane, dass du uns durch die ganze Reihe, Online-Reihe begleiten wirst. Du machst das, weil du eben auch sehr profund über diese ganzen Themen seit vielen Jahren schreibst, nachdenkst und manchmal glaube ich auch trauerst, wenn wir miterleben müssen, wie diese Biodiversität überall zerstört wird und vor die Hunde geht. Christiane Gräber arbeitet seit vielen Jahren für die Zeitschrift Zeit, für die Wochenzeitschrift die Zeit im Hauptstadtbüro Berlin und ist Buchautorin vielfältiger Titel. Zuletzt erschienen und sehr empfehlenswert und eng verbunden mit den Themen der Online-Konferenz ist ihr Buch Global Gardening, Bioökonomie, neuer Raubau oder Wirtschaftsform der Zukunft. Ich möchte Ihnen dieses Buch empfehlen. Es ist eng verbunden mit unserem Thema und Christiane nochmals toll, dass du diese Moderation übernimmst und du hast jetzt das Wort. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank Barbara für diese warmen Worte und für die freundliche Begrüßung. Auch ich möchte alle Teilnehmer ganz, ganz herzlich begrüßen. Leider sieht man ja nur ganz wenige. Das ist das Leiden der digitalen Kommunikation. Aber wir ahnen, dass von Afrika bis Asien viele uns jetzt zuhören und ich möchte ganz gerne Hallo sagen. Ich freue mich sehr, hier mitwirken zu können, denn tatsächlich geht es ja um ein Thema, das nicht weniger ist als existenziell. Spätestens, Barbara hat es schon genannt, seit dem Bericht des Weltbiodiversitätsrates vom vergangenen Jahr, ist auch einer breiteren Öffentlichkeit und nicht mal nur einer Fachöffentlichkeit bewusst, wie dramatisch inzwischen das Artensterben ist. Eine Million Arten so des IPVS sollen im kommenden Jahr, in den kommenden Jahren weiter verschwinden, zusätzlich verschwinden. Das ist wirklich dramatisch. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat schon vom Kampf des Jahrhunderts gesprochen im Zusammenhang mit dem Kampf um die Erhaltung der Arten. Viele NGOs, viele Politiker, auch viele Industrielle und Unternehmen reden inzwischen davon, dass die Biodiversitätskatastrophe sogar noch dramatischer sei als die Klimakatastrophe. Ich halte ehrlich gesagt nicht so viel von diesem Wettbewerb der Katastrophen. Beide sind außerdem ja auch noch eng miteinander verbunden. Beide müssen parallel bekämpft werden und auch da gibt es zum Teil Zielkonflikte. Es sind riesige Herausforderungen, vor denen wir stehen. Eine Million Arten. Ja, tatsächlich, ich glaube manchmal, dass Traurigkeit vielleicht die angemessenste Reaktion darauf wäre. Was verlieren wir da alles an Faszination, an Inspiration, an Reflexion, an Selbstreflexion, schlicht auch an Schönheit, wenn so viele Lebewesen von diesem Globus verschwinden. Der iberische Lux, das Breitmarnasson, der Widerhopf, die vielen Insektenpilze, die vielen Lebewesen aller Gattungen. Vielleicht denke ich manchmal würde Traurigkeit am ehesten dazu führen, dass wir jene Konsummuster und Wirtschaftsweisen und Lebensformen verändern, mit denen wir den Planeten malträtieren und unsere Mitbewohner an den Rand drängen. Vielleicht bräuchten wir tatsächlich vor allem eine kulturelle Antwort auf diesen Schock. Aber Biodiversität ist zugleich die Grundlage unseres Wirtschaftens, die Grundlage der Wissenschaft. Sie ist vor allem die Grundlage unserer Ernährung und der Medizin, unserer Gesundheit, das heißt unserer physischen Existenz. Und deswegen ist die angemessene Reaktion auf das Artensterben natürlich in erster Linie Politik. Eine Politik, die dafür sorgt, dass Artenvielfalt erhalten bleibt. Mehr noch, dass sie womöglich wiederhergestellt werden kann. Auch daran wird ja gearbeitet, dass sie sich neu vervielfältigen kann. Dabei ist eines gewiss der klassische Naturschutz, also Nationalparks, Naturschutzräume, die Räume, in denen man die Natur in Ruhe lässt, die sind sicherlich ganz wichtig. Aber bedrängt wird die Biodiversität eben auch durch ganz andere Politiken, durch Siedlungspolitik, durch Technologiepolitik, durch eine falsch verstandene Bioökonomie, die auf Kosten der Wälder und Landschaften geht, auch auf Kosten von Bauern und indigenen Völkern. Und bei dem gibt es Interessen und da gibt es Zielkonflikte. Und wer diese Konflikte nicht benennt, der wird auch bei den Lösungen scheitern. Und deshalb finde ich es sehr verdienstvoll, dass die Heinrich-Böll-Stiftung in dieser Diskussionsreihe Klartext redet, umkämpfte Natur. Denn so erfreulich es auch ist, dass dieses Thema eben jetzt vom europäischen Green Deal über die Ökologisierungsstrategien der großen Unternehmen bis zur Agrardebatte wirklich ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit gerückt ist. Die Natur ist umkämpft und das umso mehr, je knapper die Ressourcen werden. Und umkämpft sind eben auch manche Lösungsstrategien. Wir sind also gespannt auf die insgesamt vier Online-Diskussionen. Am Schluss werden wir nochmal genau sagen, wann welches Thema dran ist, also die Termine nochmal nennen. Aber jetzt soll es, wie gesagt, erstmal um die Biodiversitätskonvention gehen, um die kurz CBD genannte Convention on Biological Diversity, die es seit 1993 gibt und die jetzt gerade dabei ist, sich einen neuen Zielrahmen zu setzen. Das heißt, im Countdown für diesen Zielrahmen liegt auch diese Diskussion. Und es gibt viele neue, viele zugespitzte Probleme. Reden wir nur von der Pandemie-Erfahrung. Es gibt neue Technologien, die tatsächlich auch eine Menge neue Themen aufs Trapez bringen. Und über zumindest einige dieser Themen wollen wir jetzt reden. Und dazu möchte ich Ihnen gerne unsere wirklich sehr spannenden Gäste vorstellen. Ein herzliches Willkommen zunächst für Dr. David Cooper. Er ist Vize-Generalsekretär der Biodiversitätskonvention in Montreal. Cooper ist Agrar- und Forstwissenschaftler sowie Pflanzenphysiologe. Er ist ein hoch anerkannter Experte für Artenvielfalt, dessen vielfältige Funktionen ich gar nicht alle aufzählen kann. Er hat aber unter anderem am Millennium Ecosystem Assessment mitgearbeitet bei der NGO Grain, bei der Welternährungsorganisation FAO und vielen anderen Organisationen, die er dann zur CBD gekommen ist. Herzlich Willkommen auch für Chi-Yok Ling. Sie ist so nett, uns ihren späten Abend in Malaysia zu opfern. Sie arbeitet als Direktorin des Third World Networks, einer NGO, die sich mit den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Globalisierung vor allem auf den globalen Süden beschäftigt und damit verbunden auch mit den Gerechtigkeitsfragen. Als Expertin für internationales Recht gehören Themen wie Biosicherheit, der Zugang zu genetischen Ressourcen, Patente, Eigentumsrechte zu ihren Arbeitsschwerpunkten und das außerdem in dem technologiekritischen Netzwerk ETC Group. Sie beobachtet mit diesem Blickwinkel die Debatten in der Welthandelsorganisation WHO und die UN-Verhandlungen zu Klimawandel und Artenvielfalt. Herzlich Willkommen noch einmal, Jok Ling. Und last but not least, sondern als Letzte nur, weil die weitest entfernten Gäste immer als Erste drankommen, möchte ich ganz herzlich Birgit Pickel begrüßen. Barbara Unmüßig hat es schon gesagt, eingesprungen ist für Gunther Beger, der musste kurzfristig den Minister informieren. Umso dankbarer sind wir, dass Sie dabei sind. Sie arbeiten ja auch in der gleichen Abteilung wie Herr Beger, nämlich die Abteilung für Grundsatzfragen, Wirtschaft, Handel und ländliche Entwicklung im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Frau Pickel ist in dieser Abteilung für globale Gesundheit zuständig, was für unser Thema heute auch sehr spannend ist. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat 20 Jahre entwicklungspolitische Erfahrung mit dem Schwerpunkt Afrika, auch in unterschiedlichsten Funktionen. Sie waren in der Botschaft von Lusaka tätig bei vielen entwicklungspolitischen Organisationen. Auch die kann ich jetzt hier nicht alle auflisten. Jedenfalls herzlich Willkommen auch für Sie. Bevor wir kurz zum Ablauf hier zunächst unter uns reden werden, ins Gespräch kommen, möchte ich Ihnen nochmal ein paar technische Hinweise geben. Sie können, liebe Zuschauer und Hörer, sich dann später auch mit beteiligen und nutzen dann bitte, wenn Sie etwas fragen wollen, das Tool Frage und Antworten, Q&A, das es hier bei Zoom gibt. Dort gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie Fragen anderer, die Sie sehen können, liken können, sodass diese Fragen dann auf der Prioritätenliste nach oben kommen. Und meine Kollegen von der Heinrich-Böll-Stiftung werden diese Fragen dann entsprechend sammeln und ranken und mir übermitteln, sodass ich mich jetzt schon dafür entschuldige, dass ich ab und zu mal nicht Sie an oder in die Kamera gucke, sondern hier ganz anderswo vorwerke. Auch das ist halt so in digitalisierten Zeiten. Noch einmal bitte im Frage-Antwort-Tool Ihre Fragen platzieren und nicht wie das ja sonst oft üblich ist im Chat. Den können Sie aber nutzen, um sich untereinander auszutauschen oder vielleicht auch Informationen zu posten, links selber untereinander ins Gespräch zu kommen, während wir hier diskutieren. Und Sie haben es hoffentlich längst bemerkt, die Veranstaltung wird simultan auf Deutsch, Englisch und Spanisch übersetzt und es ist halt wichtig, dass Sie unten an der kleinen Weltkugel auf dem Bildschirm den richtigen Channel einstellen, also Ihren Sprachstellen. Das war jetzt aber genug der Vorrede und nun kommen wir endlich zu unserem ersten Gespräch, zu dem ich jetzt David Cooper bitten möchte. Lieber David Cooper, zunächst also die Frage an Sie, welche Bilanz ziehen Sie denn bei den letzten Jahren CBD und vor allen Dingen, was ist von der Konferenz in Kunming zu erwarten, die ja wegen der Pandemie auf das nächste Jahr verschoben worden ist? Was sind dort aus Ihrer Sicht die wichtigsten Themen? So, thanks very much Christiane, and thanks to Barbara and the whole team at Heinrich Boll for organising this important series of discussions. That's a big question, two big questions. Last week, as Barbara referred to, the fifth edition of Global Biodiversity Outlook was launched to try and answer, or at least help answer those questions. Und, of course, the stark reality is that none of the 20 Aichi Biodiversity targets that were set by the global community in Nagoya 10 years ago have been fully achieved. And this also means that we're jeopardising the achievement of the Sustainable Development Goals. Biodiversity being foundational, really, to many, if not most, of those goals. We have seen some progress, and some of the Aichi targets were partially achieved, looking at protected areas, looking at some aspects of work on invasive species, for example. And even where the targets were not achieved, that is, in most cases, significant progress. And we can look at, you know, while we didn't, for example, half deforestation rates, rates of deforestation globally aren't, now in the last five years, a third lower than they were the previous decade. Where we've invested in fisheries reform, we've seen fish stocks rebounding. We expanded the areas of protected areas, and the extinctions of a number of species have been prevented. And it's estimated that over the life of the convention, the extinction rate would have been between two and four times higher without conservation actions. So despite the lack of achievement of the Aichi targets, you know, one clear message is, if governments and other actors put in place the measures, if policies are put in place and implemented, they do work, and they do deliver results. And we have to build on that important lesson as we go forward. But nevertheless, as Barbara mentioned in our introduction, overall biodiversity is continuing to decline, and with business as usual patterns, it will continue to decline throughout this century, due to ongoing land use change, other drivers like pollution, invasive alien species, and over-exploitation of wildlife. And of course, climate change, which is already having an impact on biodiversity, will become increasingly important if we don't address the climate issue. And I completely agree with the remarks made earlier, that really we're not talking about a climate problem and a biodiversity problem and a health problem as separate issues, and certainly not as a competition. Among them, many of the drivers, most of the drivers are common. We need to address these common drivers, which will help to prevent the sixth mass extinction, help us keep close to 1.5, as close as we can to 1.5 degrees, and reduce the risk of future pandemics and improve health more generally. In GB05, there's an analysis of, you know, can that be done and what would it take? And certainly, the conclusions are that, yes, with the right measures to put in place, we can reduce and eventually bend the curve of biodiversity loss, put biodiversity on a path to recovery. This will certainly require continued investment in conservation and increasingly restoration, and we're now starting next year the UN decade of ecosystem restoration. But it will also require strict action on climate change. Of course, these two things are potentially mutually supportive, as well as addressing those other drivers of biodiversity loss, as I mentioned. But we won't be able to bend the curve without also improving the sustainability and productivity of agriculture and our food systems, and in addressing overconsumption and waste. Without all of these wedges, if you like, of a response, it will not be possible to bend the curve. In GB05, we describe eight areas of transition on land, in water, in the oceans, for our agricultural production, our food consumption patterns, urban and infrastructure development, climate action, and the way we address the climate issue, and our One Health approach. All of these involve looking at reducing the drivers of biodiversity loss, but equally seeing how biodiversity and better use of biodiversity can be part of the solution. And so, obviously, this includes contributing to climate mitigation, climate adaptation, making better use of biodiversity, crops, livestock, pollinators, natural enemies of pests, soil biodiversity, to support agricultural production, and looking at how we manage biodiversity at all levels, from microbes to landscapes, to improve human health, among other things. There's a complimentary report that was released last week as well, also requested by the governments through the Conference of the Parties, and that's the Local Biodiversity Outlooks, produced by the Forest Peoples Programme, and bringing in the community of Indigenous Peoples and local communities. And they identify six transitions also, which are really cross-cutting, and I would say essential cross-cutting areas of the other transitions I mentioned, on cultural and Indigenous knowledge, on the way we manage land and recognise land tenure, ensuring that Indigenous Peoples and local communities have a role in decision-making, the way we deploy financial incentives, support local and diverse economies, and again, in terms of food systems, looking at how we can build upon Indigenous and local food systems. And a lot of these also reflect, actually, the levers and leverage points that the IPBES Global Assessment identified last year, which are really key to getting the transformative changes that we need. So, as we approach COP15, the delayed COP15, and the preparatory meetings for it, of course, the work continues on developing the post-2020 Global Biodiversity Framework. I think, notwithstanding the contested areas that we're going to discuss a little bit later, I think there is a lot of common interest and ambition in having some strong targets, and goals and targets for 2030 and towards the 2050 vision for biodiversity. It's going to be essential that these goals and targets are backed up by proper implementation mechanisms and review mechanisms so that we can ensure that we are, this time, on track and stay on track. You've emphasised in your introduction, Barbara, the sustainable use aspects, the three objectives, in fact, of the Convention, so not only conservation, sustainable use, and the fair and equitable sharing of benefits. There are a number of other issues that will be important at COP, and I'm sure that we are going to discuss in some more detail later, around future and emerging technologies, particularly in the areas of synthetic biology, how we deal with digital sequence information, and the, in particular, in relation to the fair and equitable sharing of benefits. and how we can better, how we can improve, really, the use of Indigenous and traditional knowledge. I think if you, just going back to the challenges we have and those changes that are needed, in the aggregate, from a scientific sense, if you like, at the global level, we know what needs to be done. The challenge will be getting that done in a way that respects Indigenous peoples' local communities, builds on their knowledge and their experiences, bottom up, and is developed in a democratic way. How do we get the, the challenge, I think, is to, how do we get the major transformations that are needed, and they're needed quickly, in a way that is fair and just. So I'll leave it there as my answer to your, long answer to your first question and opening remarks. Yeah, I would, David Cooper, very gerne, kurz nachfragen. Sie sagen, wir müssen schnell sein. Aber wenn wir, Barbara hat es gesagt, sehen, wie in einigen Ländern die Wälder brennen, und es sind eben auch die Länder, die tendenziell im Augenblick eher nationalistisch oder jedenfalls nationale Prioritäten setzen, ich nenne die USA, ich nenne Brasilien, es gibt auch noch andere, dann sehen wir das da im Moment, dass globale Engagement, gelinde gesagt, eher gering ist. Wie schätzen Sie denn die Dynamik ein der CBD bis zum nächsten Jahr? Ist das gelähmt? Gibt es ein entsprechendes Problembewusstsein, wie Sie es gerade beschrieben haben, oder ist der Multilateralismus eher geschwächt insgesamt? So, you know, the changes that are needed are massive. We do need to be ambitious. And they're urgent. They can only really be, they can only really happen if we act together. And this is, this is the case for the climate issue. It's the case for the biodiversity issue. It's certainly the case, as we know, for the ongoing health issue of the pandemic. So, I think, you know, we have to continue to emphasize the need for a multilateral approach. This week, in fact, it's the 75th anniversary of the UN. And on Monday, there was a focus of the discussions was on strengthening multilateralism. And it's good to see at least some of the leaders in New York also emphasizing this. And I think that, you know, clearly we have to, we have to invest in a multilateral approach. And that's what we'll be doing in through the convention as we, as we move to, towards the Kunming COP. I think, you know, you, you refer to a number of fires in different places. Of course, you know, the, the reasons behind some of those are, are varied. Some are fire prone, are naturally fire prone ecosystems where fire suppression, and ignorance of actual traditional management of those forests has contributed to the, to the problem. It's, it's also, again, I think, see where we see a combination of ecosystem degradation and climate change increasing, increasing the risks of, of fires. And I think, you know, we, whilst we do need all nations to be engaged in this in a positive way, we can also see supportive action from subnational entities and certainly from civil society and, 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 and some businesses as well. And we, we need to engage all of these actors at all, at all levels. What kind is there about all in our actions at the same time? We alright. J tr shadow faktiskt. So that's it. What kind of thing is HR from bringing systemic strategies to community인�ism, you have to directly, rekaring palabra, that can be самом a few things in their life or other things that can be comparable to the Uranus naturalIA, verwandelten industriellen Prozesse, um von den fossilen Energien loszukommen. Diese Strategie, die ja als Lösungsstrategie auch gilt, steht im Widerspruch oft dazu, dass Land eigentlich in erster Linie dazu da ist, Menschen zu ernähren. Und immer wieder erlebt man, dass Menschen von ihrem Land vertrieben werden. Und das übrigens auch manchmal im Namen des Naturschutzes, also Indigene. Ich glaube, es gibt die Absicht in dem Entwurf jetzt für die neuen Ziele, dass 30 Prozent der Flächen unter Naturschutz gestellt werden würde. Das hieße aber, dass Millionen, hunderte Millionen von Waldbewohnern dort ihre Lebensräume verlieren könnten. Wie sehen Sie, kann die CBD dieses Spannungsfeld auflösen? Also wie kann sie das, was Sie ja auch gesagt haben, dass die Indigenen eigentlich, das ihr Wissen eigentlich vonnöten ist, wie kann das tatsächlich gerettet werden? Wie können ihre Rechte gewährleistet werden? So, yes, I mean, certainly to achieve the biodiversity goals. So, you know, we talk about these million species that are threatened with extinction. That is, they're threatened with extinction if we don't take the actions that are needed. And among the actions that are needed are to protect and to restore more ecosystems. So, we need to, overall in the aggregate, there will be some exceptions, but we need to move to halting the loss of natural habitats and in fact reversing and coming into restoration. Protected areas and other effective conservation measures, right, are a tool towards that. Certainly, a figure of 30% would be consistent with what we need to do, but, you know, the area itself is perhaps not the best indicator because it depends where those protected areas are. And, you know, we need to make sure we're covering the areas that are key for biodiversity, and that's the key for the provision of ecosystem services. We know that lands managed by indigenous peoples and local communities, So, their traditional lands and the lands that they traditionally and continue to occupy and manage, are overall in a better shape than the rest of the world. And I think this shows that there isn't really a fundamental contradiction between protecting the rights of indigenous peoples and local communities and protecting nature. In fact, overall, at a global level, these two things would be mutually supportive. And so, I think we would see protecting land tenure more strongly and more clearly of indigenous peoples and local communities as an essential part of what needs to be done to achieve effective conservation and restoration. I said in my earlier remarks that I think globally, yes, we want to increase the area that's conserved and restored. But this has to be done in a bottom-up way. Yeah, over to you. Vielen Dank. Vielleicht eine letzte kurze Frage for the time being. Die Pandemie hat ja nicht nur die Verhandlungen aufgeschoben, sie hat vermutlich auch viel Einfluss auf das Verfahren jetzt in Richtung der neuen Konvention und wird vielleicht auch neue Themen auf die Tagesordnung gesetzt haben. Vielleicht können Sie uns das noch kurz erzählen. Ja, sicherlich. Und in fact, we do address this issue directly in the Global Biodiversity Outlook and promote a One Health approach, but an inclusive, a biodiversity-inclusive One Health approach. So, yes, firstly, I think that the pandemic has raised awareness among people of our relationship with nature and that that relationship isn't right. So, in a general sense. Of course, in terms of the direct impacts, there's been a temporary reduction in some, or there was, and still there are in some places, temporary reduction in some of the drivers of biodiversity loss, but there's also been, we've seen increasing, you know, groups taking advantage of lack of enforcement of nature protection and the rights of Indigenous people as well. So, in terms of immediate impacts, we've seen both positive and negative in terms of biodiversity. We've also, I think, seen increasing recognition of the, and there's an increasing evidence base that protecting nature, reducing encroachment into natural areas and being careful how we make use of wildlife and the wildlife trade are all important in reducing the risk of future pandemics. There is overall, again, a strong synergy between protecting biodiversity, reducing the risk of pandemics, and reducing climate change. But again, we have to be careful how those policies are implemented. There are calls sometimes for blanket bans of the use of wildlife, and some bans may be justified, but others may not be, and we need to be looking at and cognizant of the use of wildlife by communities as well. Yeah, so go ahead. Also, das heißt, es könnte sogar sein, dass diese Erfahrung ein bisschen Nachdruck für diesen Prozess, für den CBD-Prozess verschafft. Vielen Dank erstmal, David Cooper. Vielleicht kurz für die, die nicht wissen, was One Health ist. Damit ist gemeint, dass, kurz gesagt, wenn der Planet gesundet, auch die Menschen gesunden und das Klima sich auch regenerieren könnte. Wir hören dazu wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr von Frau Pickel, die ja genau dieses Thema im BMZ verfolgt. Frau Pickel, ich würde Sie jetzt gerne bitten, kurz, sehr kurz erzählen, was Ihre Erwartungen sind und vielleicht auch gerade schon auf diesen One Health Aspekt dabei einzugehen. Ja, sehr gerne. Schönen guten Nachmittag an alle, auch von meiner Seite. Es ist mir wirklich eine große Freude, hier in diesem Kreis von Experten und Expertinnen zur Biodiversität dabei sein zu können. Ich selber, wurde schon gesagt, befasse mich hier wirklich auch sehr stark mit dem Thema Gesundheit und auch dem One Health Thema, um daran anzuknüpfen, sehr, 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 sehr gerne. Also, ich denke, dass die Corona-Pandemie wirklich eine, ja, einerseits Bedrohung, aber gleich eine Chance ist, dass das Thema One Health jetzt so breit diskutiert wird mit seinen diversen Facetten der Gesundheit, der Biodiversität, des Biodiversitätserhaltes, der notwendigen Veränderungen in der Landwirtschaft, der entscheidenden Rolle auch von Wasser und Hygiene mit Blick auf eine Gesundheit von Mensch und Tier und auch der Natur, das ist wirklich eine Chance, die wir auch hier im Ministerium sehr, sehr gerne aufgegriffen haben. Wir arbeiten, um das vorwegzustellen, jetzt auch an einem neuen Strategiedokument, wie wir uns mit dem Thema künftig befassen wollen, was wir auch relativ zeitnah veröffentlichen werden. Das nur noch um die Brücke zu schlagen, Frau Gräfe, weil Sie darum gebeten haben. Ansonsten kann ich mich natürlich in der Analyse des Zustandes unserer Artenvielfalt nur dem anschließen, was Herr Kuper auch schon gesagt hat, auch Sie, Frau Unnö, sich zu Beginn. Die aktuellen Berichte, der Global Biodiversity Outlook, auch der Living Planet Report des WWF, der kürzlich veröffentlicht wurde, zeigen leider eine düstere Lage des aktuellen Zustandes unserer Natur und dass die Lage wirklich dramatisch ist. Wir haben die Biodiversitätsziele verfehlt und wir als Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sehen natürlich auch mit großer Sorge, dass dadurch die internationalen Nachhaltigkeitsziele zum großen Teil verfehlt wurden. Und das ist sozusagen die Ausgangsbasis auch unserer heutigen Diskussion, um zu schauen, was können wir jetzt konkret auch tun. Denn ohne biologische Vielfalt gibt es keine nachhaltige Entwicklung. Und das ist das, was wir uns, was wir uns alle wünschen. Nachhaltige, ja. Sie betrachten ja auch das, was jetzt die Artenschutzkonferenz eben aus der entwicklungspolitischen Perspektive. Was erhoffen Sie sich denn da von Kunming im nächsten Jahr? Ganz konkret. Worauf würden Sie hin? Also ich würde vielleicht noch kurz was zum Rahmen sagen, wo wir auch stehen und ich vertrete ja das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wo wir auch stehen, welchen Beitrag wir leisten. Sie wissen ja, dass das Bundesumweltministerium in der deutschen Bundesregierung federführend ist für die Verhandlungen und dann wiederum federführend für die Verhandlungen innerhalb der EU. Ja, weil wir ja in einer, das ist glaube ich, ganz wichtig auch für den späteren Prozess und die Diskussion hier. Wir arbeiten ja bei den internationalen Verhandlungen, so auch bei den Verhandlungen zur COP15 nächstes Jahr an einer gemeinsamen EU-Position, die wir dann mit einem aus unserer Sicht hoffentlich möglichst ambitionierten Ziel auch einbringen können. Und da bringen wir uns als Bundesregierung eben aktiv ein. Wir denken, dass die neue Biodiversitätsstrategie der EU da auch schon einen guten Aufschlag gemacht hat und einen guten Rahmen setzt, die Richtung, die Richtung vorzeigt. Wir brauchen einen ambitionierten Zielrahmen für die nächste Dekade. Wir müssen Klimaschutz, Naturschutz und Biodiversitätserhalt zusammendenken, um voranzukommen. Was machen wir als BMZ? Vielleicht auch noch mal hier zum Rahmen zum bisherigen Engagement. Wir engagieren uns als BMZ oder auch als Bundesregierung jährlich schon mit einer halben Milliarde Euro für den Biodiversitätserhalt in Entwicklungs- und Schwellenländern. Ich rede also jetzt nicht hier über Deutschland und die EU, sondern wirklich über die Länder, mit denen wir hier auch zu tun haben als Ressort. Davon kommen 80 Prozent der Mittel aus dem Haushalt des BMZ. Wir beabsichtigen, und das ist vielleicht auch ein Blick auf das Ambitionsniveau, was wir für nächstes Jahr neben den politischen Zielen, die formuliert werden müssen, sehen. Wir wollen diese Beiträge gerne weiter steigern, weil wir neben den ambitionierten Zielen, glaube ich, auch eine gut gesicherte Finanzierung brauchen zur Umsetzung dieser Ziele. Das ist erklärtes Ziel des BMZ und wir hoffen, dass wir da auch einen guten Aufschlag machen können. Wir wissen allerdings gleichzeitig, dass natürlich die öffentliche Entwicklungsfinanzierung da den alleinigen Beitrag nicht leisten kann, sondern wir brauchen ebenso ambitionierte Finanzierung durch die jeweiligen Regierungen selbst, aber auch durch private Mittel. Neben den Verhandlungen für ein anspruchsvolles neues Abkommen nächstes Jahr, arbeiten wir auch an ganz konkreten Initiativen, die ein solches Abkommen unterlegen können. Ich sprach schon die Finanzierung an. Wir arbeiten an einem neuen Instrument, dem sogenannten Legacy Landscapes Fund, den wir gemeinsam 2021 als öffentlich-private Partnerschaft aufsetzen möchten, mit einem Mix von öffentlicher Finanzierung und privater Finanzierung von 2 zu 1 zum Schutz besonders wertvoller biodiversitätsreicher Schutzgebiete weltweit. Das ist ein neues Vorhaben. Da sind wir dran. Ich glaube, das kann auch in der Logik, dass wir den Schutz, den Erhalt und auch die von Herrn Kuper angesprochene Wende im Naturschutz nur durch auch ein gutes Zusammenwirken von öffentlichen und privaten Akteuren schaffen können, ein wichtiger Beitrag sein. Wir haben bereits existierende Instrumente wie den Blue Action Fund. Ich kann da gerne noch später etwas zu sagen, an anderer Stelle. Und ganz neu, und das greift jetzt auch wieder den Bogen auf zu One Health. Und ich denke, diese One Health Diskussion wird auch bei der COP 2021, der COP 15 eine wichtige Rolle spielen. Wie gehen wir, ja, wie schaffen wir Konsummuster, gerade so im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch im Umgang mit Handel, mit Wildtieren und Wildtierprodukten als ein wesentlicher Treiber auch mit Blick auf die Artenvielfalt. Da versuchen wir auch wieder über eine öffentlich-private Partnerschaft mit NGOs, aber auch mit anderen Regierungen eine Allianz aufzubauen, die sich diesem Thema widmet, um auch ganz konkrete Beiträge dann zur Umsetzung der noch zu formulierenden Ziele und Targets dann auch zu leisten. Genau, also bottom line, BMZ-seitig, wir machen schon viel, also gerade was die Finanzierung angeht, was die Instrumente angeht. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, den ich hier gezeichnet habe. Wir wünschen uns einen ambitionierten Zielrahmen für die nächste Dekade. Das ist unser Ziel und diese Art von Positionierung versuchen wir auch gerade gemeinsam mit dem BMU, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und anderen Ressourcen der Bundesregierung über die gemeinsame EU-Positionierung einzubringen. Ja, das ist ein Stichwort für eine Frage, die ich habe. Sie sagen gemeinsam mit den anderen Ministerien, aber die haben ja doch häufig auch eine ganz andere, sage ich mal, Schlussrichtung. Also wir haben das Thema Bioökonomie und da steht in der Bioökonomie-Strategie unter anderem drin, dass die Nutzung biologischer stattfossiler Ressourcen dazu führen wird, dass auch mehr natürliche Ressourcen importiert werden müssen aus anderen Ländern. Sprich, da sehen viele die Gefahr, dass Landraub, sage ich jetzt mal, oder jedenfalls Konflikte um Land sich in anderen Weltregionen von Brasilien bis Afrika durch diese Art von Politik zuspitzen würden und das stünde doch im unmittelbaren Widerspruch zu dem, was Sie gerade als Ziel genannt haben. Also kurz gefragt, wie koordiniert sich denn da die Bundesregierung mit ihren sehr heterogenen Perspektiven? Ja, sehr gut. Also ich glaube, zu der spezifischen Frage, da müssten Sie dann wirklich mal das BML einladen an der Stelle. Da würde ich dann auch gerne drauf verweisen. Also ich kann nur sagen, dass wir auch gerade in Zusammenarbeit mit dem BMU an ambitionierten Zielen arbeiten. Der Konflikt, also es geht ja bei dem ganzen Thema, es gibt ja keine einfache Lösung. Es geht um das Aushandeln von Interessen. Das ist hier schon mehrmals gefallen. So kann man sicherlich auch innerhalb der Bundesregierung beschreiben. Aber ich glaube, das übergreifende Commitment, wirklich wieder ambitionierte Ziele zu formulieren, ist da. Also da spreche ich über das 30-30-10-Ziel, was jetzt noch gar nicht ausführlich hier diskutiert wurde. Da kann Herr Kuper sicherlich noch etwas zu sagen. Ich denke, wir brauchen auch klare und überprüfbare Ziele. Also gerade zum Beispiel zum Thema Landnutzung und auch für eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, die dann auch gemessen, gemonitort, nachgehalten werden können und auch finanziert. Also auf den Punkt komme ich gerne wieder zurück. Herr Kuper hat schon sehr viel gesagt zu der Notwendigkeit der Berücksichtigung der Interessen, gerade auch indigener Bevölkerungsgruppen, wenn es um die Schutzthematik, aber auch die Nutzungsthematik geht. Die Beteiligung gerade der Entwicklungsländer an Gewinnen ist ein wichtiges Thema, die zum Beispiel auch Industrieländer, da schließen wir uns ein, durch die Verwertung ihres Artenreichtums in Forschung und Wirtschaft erzielen. Die Anerkennung des Wertes der Natur ist der Kanon, der da aufgeblättert wird, wo wir uns innerhalb der EU versuchen, sozusagen zukunftsweisend zu positionieren. Sehen Sie denn diese Anerkennung gewährleistet oder spitzen sich da die Konflikte zu, weil neue, Barbara Unmüssig hat es schon genannt, neue Gentechnikverfahren zum Beispiel noch viel mehr Interesse an biologischen Ressourcen generieren und auch noch viel mehr Interesse daran, die Gewinne sozusagen für sich selber zu behalten in den Ländern, in denen die Technologien entwickelt werden. Ja, also die Gefahr ist natürlich da und ich glaube, dafür gibt es auch keine einfachen Lösungen, sondern, aber das Setzen eines ambitionierten Zielrahmens und wir als BMZ sind dann, wir sind da zum Beispiel schon länger unterwegs, unsere Partnerländer in Verhandlungsprozessen in solchen Situationen zu unterstützen. Das ist ja manchmal wirklich auch ein Kapazitätsthema. Da können wir einen Beitrag, Beitrag leisten, was wir dann auch sehr gerne, sehr gerne tun. Das ist keine einfache Frage und das wird ein Verhandlungsprozess sein nächstes Jahr. Wir werden da ja auch noch tiefer drauf eingehen in einer der weiteren Reihen. Jetzt vielleicht noch die allerletzte ganz kurze Frage, bevor dann endlich T. Jörg Ling auch sich äußern kann, weil die Frage auch hier aus unserem Publikum kam und wir gerade beim Thema Landwirtschaft waren. Die Frage nämlich, warum eigentlich agrarökologische Methoden, also Vielfalt auf den Äckern und in den Landschaften gleich als Ansatz der Landwirtschaft, warum die so viel weniger gefördert wird, leider auch in der Bundesregierung, aber auch in internationalen Poren und ob sich das BMZ dafür einsetzt, dass sich das ändert. Ja, ja, sehr gerne. Also ich denke, auch hier sind wir, wir kennen ja die Diskussion im Inland und in der EU, wenn wir auf die Diskussion um die europäische Agrarpolitik schauen, sehen wir, das ist keine einfache Diskussion und die Wende ist noch nicht wirklich in Sicht, muss man sagen. Auch der neue mittelfristige Finanzrahmen, der jetzt EU-seitig gesetzt wurde, setzt dann noch eindeutige Akzente, was die Finanzierung der Agrarpolitik angeht. Ich denke, in der internationalen Diskussion oder auch was wir als BMZ machen, wir setzen uns schon in den Ländern, wo wir aktiv sind, da auch für eine zukunftsträchtige, nachhaltige und durchaus auch agrarökologische Politik ein. Also da gibt es auch diverse Beispiele, die wir benennen könnten. Auch das ist aber natürlich letztlich immer eine Frage, wenn wir da als Bundesregierung bilateral ansetzen, was ist die Politik der Länder? Also was sind die Policies der Länder? Welche Agrarpolitik verfolgen die? Und wie können wir da auch unterstützen? Aber auch hier wieder ein ambitionierter internationaler Zielrahmen in die Richtung ist auf jeden Fall eine wichtige Stütze für diese Diskussionen, auch zur Flankierung dann letztlich unserer bilateralen Arbeit oder dessen, was wir auch multilateral umsetzen als BMZ. Auch da werden wir gucken, ob Corona, ist ja auch letztlich diese Diskussion, werden ja durch Corona auch durchaus befördert. Woher kommt die Pandemie? Was sind die Ursachen? Die Fragen des Konsums, die Fragen der Landnutzung, die Fragen des Biodiversitätsverlustes, die werden ja auch, die Zoonosen, da hat man auch gar nicht drüber gesprochen, woher kommen die eigentlich her? Warum haben wir auf einmal Kontakt als Mensch mit Tieren, den wir früher gar nicht gehabt haben? Ja, weil wir sehr eng zusammengerutscht sind. Diese Fragen liegen jetzt auf dem Tisch und ich glaube, es ist wirklich eine Chance, 2021 hoffentlich dann auch die Trendwende einen Schritt nach vorne zu befördern. Aber über den multilateralen Rahmen haben wir eben schon gesprochen. Es gibt im Moment auch viele Länder, die international ganz anders unterwegs sind und deswegen wird das eine sehr spannende Verhandlung im kommenden Jahr. Ganz herzlichen Dank. Zunächst, Frau Pickel, Sie haben schon gesagt, wir brauchen einen ambitionierten Zielrahmen und wenn es um Ambitionen geht, ist es immer wichtig, dass die Zivilgesellschaft trommelt. Als Vertreterin der Zivilgesellschaft haben wir jetzt Chi-Yok-Ling und ich würde Sie gerne fragen, wie werden Sie denn trommeln und was sind Ihre wichtigsten Erwartungen und Forderungen an die CBD im kommenden Jahr? Vielen Dank. Thank you very much. It's a pleasure to be with this panel and to see my good friend Barbara. Thank you so much for the organisers for putting this together. Well, I think that for many of us, I wouldn't say I represent civil society. We are very, very diverse, so I'm only one voice. But I would say that, first of all, with the way the pandemic is playing out, we are not so sure that we will have a face-to-face meeting in Kunming next spring. And I think that's the first reality we have to work with, that WHO has been telling us. This is a three to four to five-year scenario. This is the new normal. All the hype of a vaccine, I mean, those of us in public health know that in the history of vaccines, the fastest ever was five years. So the political statements of a couple of irresponsible leaders, I would say, to raise hopes and therefore we don't have a proper systemic public health response, a biodiversity environmental one health response to not just the pandemic, but also to antibiotic resistance, you name it. You know, the one health issue, I totally agree with Ms. Pickle and David and the scientists too, it's going to be so central to the way we want to work. I think the biodiversity framework, when we talk about framework, we actually have a framework. We have a legally binding framework called the CBD. And I think this is one of the most important UN multilateral treaties because the ability to have a civil society, independent scientific community, indigenous peoples and local communities have a very systematic participation and engagement in the CBD actually created the biodiversity targets and all that we've seen, not just the targets of IEG, but all the programs around every aspect from marine to agriculture, to conservation, to, you know, building up traditional knowledge and cultures. It's been, we have a lot of action plans, a lot of commitments, a lot of targets and goals. We also have for the first time ever, the legally binding biosafety treaty, which is legally binding, not voluntary. This is one of the biggest industry, the agriculture biotechnology industry, and they were kicking and screaming, but because member states work together with the secretariat, with the scientific community, with the civil society, we have the biosafety protocol. And we even have a protocol under it to deal with liability. Not perfect, but it's there. And these are not voluntary, they are obligations. And we have the access and benefit sharing Nagoya protocol. So I would say we have already a very sophisticated, legally binding multilateral framework. And we have developed it over 30 years. The challenge, as we all have been saying, is implementation. And implementation means policy, it means resources, it means coordination. I think COVID-19 has really, really proven nothing new. We all have been saying this, and we know we experience it. If we don't have public systems, and biodiversity, nature, the atmosphere, we talk about climate change, these are global public, not just goods, but global public responsibilities. And the only way we can protect ourselves and the planet is through coordinated actions, within which private sector, civil society, all the different players come in. But there has to be that coordination. So it is not surprising that the richest countries in the world were the most disorganized and fragmented and could not respond to the COVID pandemic. But the countries which were poorer, but have robust, still very resilient public health systems, could kick in and be coordinated. Even in India, the state of Kerala, far superior to the rest of India because of its strong public health coordinated response. And I think for so many decades, we have identified the drivers of biodiversity loss. We have even identified, which we haven't talked about so much, the actors, you know, the reason why we cannot implement all this, and we have really ambitious targets and goals already. We can't, we can't, it's not just a means of implementation, that's one big part of it, but it's also because of the power structure. Who controls natural resources? Who controls land, water, soils, seeds? And now even, you know, digital information, gene sequences, to the very DNA of what we are. There's a fight over ownership, over privatization. That's where the power is. So we see every year, you know, after every financial crisis, we see that the concentration of wealth increases. The SDG talked about the whole 2030 development agenda, not just the SDGs, identified inequality as one of the biggest political economic threat to sustainability. And yet, how many years later, we see deeper inequality. We're not talking even about the top, you know, how many companies or how many countries are very rich, but how many individuals, if we live in a society, in a world where we can count on the number of hands here, how, who are the richest individuals? Something is fundamentally wrong. And so when that happens, I'm sorry, I do not believe we want a world where we then rely on philanthropy, Bill and Melinda Gates Foundation to come and save us. Yes, they should put money in because they didn't break taxes. They have lots of intellectual property and monopoly. That's how they accumulated their wealth. But if the financing is coming from the private sector with no accountability, and they pick and choose what they want to finance. We see this in climate change. We see this in health. We do not want to see it in biodiversity. I mean, the panel of experts that was set up to look at mobilizing financial resources, you know, for Kunming has come up with very interesting observations and lessons learned. The limits to the private sector, the limits to private finance, and a lot of the innovative mechanisms for financing biodiversity that we were talking about maybe 15 years ago, you know, have really not worked out, right? And then we see climate change, how we turn carbon into a commodity, carbon trading, carbon markets, they've collapsed. Europe was the first to try that experiment. It has not worked. And we have actually delayed action by 30 years. And this is why one of the biggest issues, you know, that for us in civil society going forward is both in the climate change negotiations and also in the CBD, when we have, not we, when those who should be doing actions have failed, they are trying to run away from equity, from commitments, from legal obligations, from goals and targets that were multilaterally very difficultly negotiated and accepted. Throwing that away, forget historical responsibility, and then have new goals. New goals like nature-based solutions, which are good in principle, but when you go into the detail, it's about not changing the fundamentals. It's about going forward with fossil fuels, no change to the destructive development, and then we call it nature-based, and we shift again the burden to the planet and to people. Well, you know, the term by itself is not a problem. I mean, nature-based solutions is something that has been, you know, it's come, IUCN first, you know, developed the idea in a much more comprehensive approach, yeah? So it's linking really environment, resources, with social needs and with people. What has happened, and of course, we look at, for example, agroecology and agriculture. We look at water conservation. We look at, you know, the way communities have used forests and wetlands and grasslands. So we have relied on nature. Nature is the basis of our existence. So when we talk about nature-based solutions, it's something that many of us, for millennia, communities, farmers, indigenous peoples, they've been practicing it. Right? And we have those knowledge. We see it all over. But the term is now being used, for example, in the climate change track, is to talk about how, instead of switching away, transiting from fossil fuel-based economy, which we know cannot be sustainable, changing the way we do production, questioning the kind of technology that we use on the planet that creates global warming, instead of tackling the fundamental drivers of destruction, they are talking about how we have now released all this carbon dioxide atmosphere, how do we capture it back? How do we use nature to capture it back? Right? And then we rely on land, on grasslands, on forests, on peatlands, on the oceans. And so you don't tackle the fundamental industrial causes, and then you turn it back to nature. And if we don't watch it, it's going to be land grabs. It's going to be a new form of carbon, as some people have called carbon colonialism. And in the biodiversity track, for us in the CBD, I would say we have not, just because we haven't achieved our different targets we have agreed on, we should not forget them. We should go back, really in the light of new knowledge, integrate them. I really appreciate what David was saying earlier on. The transition plans, all the different sectors, we have it all. It's the challenge of implementation and shifting the power relationship, so that the players who now are getting away with it, with all the wealth, are going to be not voluntary, bring it back, regulate, tax, tax, tax them. Aha, ich wollte gerade fragen, wie ganz konkret kann denn diese Gerechtigkeitsfrage im Kontext der CBD adressiert werden? Also was, was ginge es tatsächlich zum Beispiel darum, die, die, die großen Recovery Plans, die, die wirtschaftlichen Erholungsprojekte, die jetzt in den vielen Ländern gestartet werden, nach der Corona-Pandemie entsprechend zu kanalisieren? Gäbe es da Möglichkeiten, Jürgling? Oder worauf zielen Sie, wenn Sie sagen, die Machtfrage muss gestellt werden? I think there will be, you do need another series of webinars on the economic aspect, because we are, you know, from the biodiversity, you know, the climate, carbon space shrinking, I mean, these are planetary, planetary challenges, and they're in a crisis. We've been saying that, but the urgency and emergency, we are actually there. But, you know, the economy at the same time, it's not just the pandemic, you know, causing the problems. Even before the pandemic, the world, the global economy has become quite shaky. We were all expecting already a financial crisis looming. We have the economy in terms of the digital economy, who controls data, a lot more of the speculative bubbles. We have gone so far away from the real economy, you know, in terms of where wealth is accumulated. That creates a very unstable economic world. And so the new green deal and the new deals is not just about green, it's about new economics. And there's a lot of very practical ideas and very visionary ideas. How do we turn that into policy? Because right now, we cannot rely on the same old to finance, you know, the next round of biodiversity. We never got it for the last 30 years. Because in the present situation, with the pandemic created so much more economic shrinkage, we won't just have the easy, just get the money. We're not like the United States, but we can just keep printing money. Even there's a limit to that. What is worrying is that for countries in the South, for example, in Africa, for the first time in many decades, we are seeing such an increase in private debt of the government and of the wealthy in those countries. The same in Asia, we always had huge savings, but we see increase in also private debt. And that's because of the kind of development, the kind of, you know, low interest rates that you were given by the big financial institutions, the private banks and the investment funds. A lot of European and North American pension funds are actually being managed by a very few, you know, institutional investors. So we are not controlling our money as citizens and as countries. So I think one of the first things that probably will be very urgent is for us to really see how we can recapture the public control over resources. Because ultimately, a lot of revenue belongs to people. Pension funds, taxes. Taxes have gone really low on corporations on those who should be taxed. So we have to really look into a fair tax, justice tax system. How, you know, it's a lot of that kind of policies and measures that we do to think about. Meanwhile, restoration of nature, you know, we cannot wait for the money because people are doing on the ground. How do we harness that, recognize them and don't push people away from where they're doing good things to protect the planet? Also, ich verstehe Sie. So im Kern geht es eigentlich um eine neue Wirtschaftspolitik. Vielleicht nochmal konkret auf die CBD bezogen. Und die Frage würde ich dann gerne auch noch an David Cooper stellen. Sie kommt auch aus dem Chat. Das Problem ist ja, dass die CBD zwar einerseits verpflichtend ist, auf der anderen Seite aber nicht wirklich durchgesetzt werden kann. Das heißt, das ist sozusagen Soft Law. Es ist eine sehr viel schwächere Konvention als, sagen wir mal, die Welthandelsorganisationen, deren Abkommen bei Schiedsgerichten verhandelt werden können. Das TRIPS-Abkommen ist verbindlich und da können Rechte eingefordert werden. Ist es denn ein Ziel, das Sie haben? Und sehen Sie Chancen, diese Durchsetzungskraft der CBD zu stärken? Vielleicht erst Jörg Lin und dann auch die Frage an Herrn Cooper. Ich denke, ich denke, wir sollten die CBD-Agegräuern machen. Wie die CBD-Agegräuern machen, nicht die CBD-Agegräuern. Es ist mit einer anderen Artikel. Es ist über die, weil diese Ärzte, unsere CBD-Agegräuern und Klimawandel-Agegräuern sind die Ärzte, die wir müssen, die Unternehmen, die Staaten, die Ärzte, die Ärzte, die Ärzte, die Ärzte, um sich zusammen mitzüben, um sich zu ändern. Und das ist das, was man muss zusammenarbeiten. Es ist zu erkennen, dass sie mehr Kapazität als andere haben, sie mehr Ressourcen als andere haben. Und so ist es eine Kooperation-Modelle. Und es ist based auf die Ärzte. Wir haben wirklich tief in den Prinzipien. Und das ist, dass die Implementation, dann ist es über die Politik, ist es über die Means-Inplementation, ist es über Coordination, right? The WTO model of enforcing, enforcing through sanctions, ist es ein Weg zu punish. Und es ist, in den Beginn, wir hatten eine große Herausforderung, nicht nur die Gesellschaft, aber auch die governments in der South, dass in das unequal power Struktur, wir, die, es nicht nur eine voice, eine vote, wie viele von uns, wir denken, dass wir eine Powerful-Countrye zu den WTO-Dispure-Systeme, right? Aber over the years, countries learned the rules of the game. Und look at what's happening in the WTO. The Trump administration says that WTO is very unfair to the United States. In fact, the Trump administration wants to be classified as the developing country in the World Trade Organization. And they have actually, the last few years, completely actually destroyed the dispute system. So now there is no enforcement power, right? Now, we do not support as civil society that kind of enforcement. But just to show, in the end, it is about power, which is the theme of our discussion today, right? So for us, the UN treaties is about cooperation, respect, equity, and justice. And that means we help each other. When we want to punish, but we also have compliance because we, for example, in the Biosafety Protocol, in the Climate Change Treaty, in the Kyoto Protocol, there are compliance committees. And if you don't do your part and we agree that's the way we were named and shamed, we also have that. So it's building trust. It is there. So it is, I would not say we have failed. I would say that we have not risen to the challenge of that form, that kind of implementation that's needed. Thank you very much. I'm very much in the same line as you cling here. I think, you know, we're dealing here with very complex problems. We're not dealing with, you know, one trade route or one species or one location. We're dealing with, you know, actually trying to transform the whole system. So this is a complex thing. And I think there are limits to how that could be done through a purely international regulatory approach. As Eucling says, there are international regulatory approaches on some sub aspects of the issue related to biosafety, related to access and benefit sharing, for instance. And there are through other treaties on international trade, for instance, through CITES. But the CBD works through essentially trying to build consensus. And that itself is often identified as an obstacle because we need everyone on board. But on the other hand, if you're if you then want implementation everywhere, I think it's it's actually a strength. And it gives also moral weight to the to the outcomes of the of the discussions. That's not to say that it couldn't be strengthened. And certainly, I think the focus of the discussions as we develop the global post 2020 global biodiversity framework need to be perhaps not so much on on the targets themselves. I mean, they're important, but on how we're going to ensure that the resources to achieve them are implemented. There's no point saying, you know, when you're not implementing and having a punitive approach if there's no support for implementation. And then to have a review mechanism that allows us to increase the transparency, because there's a lot that will be done through the political process domestically or so. And civil society has a major role and plays a major role in that in that respect, but also through learning and mutual learning among the parties as we go forward. So I very much hope that we do see a strengthened review mechanism. Personally, I'm I don't think the weight of that should be on a on a on a punitive approach. I think the weight of that should be on a on a learning approach. And certainly one one key thing that has to happen, I think, I'm not sure if it was Christian or Barbara or both who mentioned at the beginning that we need a whole of government, whole of society approach. And this means that it can't be seen as simply the responsibility of environment ministries, it has to have a commitment from the head of state, from the head of government, because we know that the drivers of biodiversity loss generally don't come from the environment ministries, they come from the sectors that are linked to the to the other ministries. So engaging heads of state and government in a whole of government, whole of society approach is going to be another big change that we're going to have to secure if we're going to make progress in the next decade and we have to make progress in the next decade. Man soll nie zwei Fragen auf einmal stellen, lernt man im Journalismus, aber dieses technische Hin und Her lässt mich jetzt doch dazu wiederhandeln. Zwei kleine Fragen nochmal an David Cooper. Sie sagen, wir müssen lernen, aber wäre nicht auch zum Beispiel eine andere Subventionspolitik? Die Frage kommt auch aus dem Chat, ein Instrument, das der Biodiversität auf die Sprünge helfen könnte, denn im Moment haben wir ja viele Subventionen, die eher schaden. Erste Frage und die zweite, Sie haben gesagt, die Zivilgesellschaft und die Regierungen müssen enger zusammenarbeiten, aber die Zivilgesellschaften sind ja in vielen Ländern, das hat Jokling gerade auch gesagt, haben gar nicht viele Mittel, brauchen dringend Unterstützung, sind oft sogar unterdrückt. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung oder gibt es auch Möglichkeiten von Seiten der CBD oder wer sonst sollte der Zivilgesellschaft stärker unter die Arme helfen, damit sie tatsächlich Einfluss nehmen kann und da sie ja meist an der Basis ist und die Probleme auch besonders genau beobachten kann, ist es eben sehr wichtig. Also, was gibt es da für Möglichkeiten? Zwei Fragen an Herrn Cooper und dann kommen wir auch noch mal zu Frau Pickel damit. So, on subsidies, in fact, I completely agree, this is one of the areas highlighted in GB05, in fact, as one of the biggest areas of failure. Um, we're still investing 500 billion, at least in subsidies that are potentially harmful for biodiversity. Um, this is fossil fuel subsidies, uh, subsidies for, um, largely inputs in, in agriculture, um, subsidies for the use of fuel in, in fishing, uh, for instance, that drives over fishing. Um, and, you know, these, this 500 billion, this is just looking at the cash that governments are handing out, um, if you were to count the externalities, as the IMF did in one analysis on the impact of fossil fuels, it goes into the trillions. Um, and again, this is without looking at other subsidies that come from rules and regulations. So, you know, if you're a farmer in Brazil and you want to get crop insurance, then you have to spray your crop, whether you think that's a good idea or not. Otherwise, you don't get the insurance from the bank. So there's these sort of hidden, um, uh, uh, problems as, as, as well. And it is an area where really the, the needs to be a much stronger effort and much stronger, not just commitment, because we've had the commitments. We've got the commitment in the IHE targets. We've had commitments, uh, in, uh, in the G20 on, on fossil fuels that haven't been implemented. We've had, uh, commitments in WTO on fisheries that are still not implemented. Um, they need, they need to be implemented. We know that sometimes, of course, there are political issues, there are vested interests, um, and sometimes removal of subsidies can be unpopular, um, but of course, subsidies can also be redirected. There are, um, there may be groups in society that, there are groups in society that need support, but they don't need to be provided through, um, uh, mechanisms that, that harm, uh, biodiversity and ultimately, harm the people they are supposed to support. Um, so I'm not sure that, you know, we help civil society as, as such. I mean, we certainly try and ensure that civil society at the global level has a platform and can, um, be engaged in the CBD process. And that's in itself a learning process. Um, so it's, 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 it's something that we're, 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 we're constantly, um, trying to, trying to improve. Um, I think civil society is. Um, so I think civil society has a, has a big role to play in all countries, um, and yes, it faces challenges in, in all countries, maybe different challenges in some countries, but it's, it's role is important in all of them. Um, and we will not achieve the goals that, uh, that, uh, that are set out without the active support of civil society. Christiane, can I ask a question, please? Yeah. Yeah. David. Yeah. Very briefly. Yeah. This, I just want to ask David, you know, because as we're saying, you know, we do see this pandemic is going to go on for a while. So the challenge to the process of, uh, discussions, decision-making, uh, not just to participate in civil society, but also of, of member states, especially from the South. So what is the thinking within the secretary, how to deal with this challenge? Yeah. I mean, that's a, that's a good question. As you know, we had some, um, online meetings last week, which were limited in their ambition in terms of what they were achieved. They were, they're more presentations and, and, and a few interventions, but limited in time. But a first step really is trying to, um, get, um, our parties and, and the CBD community, um, beginning to be able to use such, such mechanisms. And, 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 and we, uh, are discussing in the Bureau at the moment about beginning the work of substone SBI virtually later this year, and then resuming in one form or another, uh, later on. Um, clearly some of the interactions that we have in our meetings can be held through virtual means, others are much more challenging and much more difficult. So, you know, we, we, we're going to be taking this step-by-step, uh, we're working with the Bureau. So we know that there are concerns, uh, among, uh, civil society organizations as well, in terms of ensuring that there can be full, um, engagement in the process. And we, you know, we'll, you know, we'll be consulting with your representatives in the, in the CBD on, 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 on how, as we move forward on, 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 and have those, have those discussions with our parties through the Bureau. But we recognize that, you know, we need to, you know, we need to, we need to be able to, to continue to have discussions, even though the pandemic and the impacts of the pandemic are going on. Ja, auch die Diplomatie auf virtuellem Wege ist ein großer, großer Lernprozess und in allen Konventionen wird geklagt, dass einfach ganz vieles da nicht möglich ist, auch an Tischgesprächen und mal kurz vor die Tür gehen. Und, äh, es ist wirklich sehr schade und schwierig, dass man sich nicht unmittelbar trifft. Die letzte Frage, leider ist unsere Zeit schon weit um, äh, geht nochmal an Frau Pickert und zwar kommt sie auch aus dem Chat, ähm, da wird gefragt, wie denn, äh, die, die Biodiversitätspolitik jetzt in Deutschland, äh, gestärkt werden kann, ähm, ähm, bei der Diskussion der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Wie können da auch Klimaprozess und Biodiversitätsprozess enger miteinander verzahnt werden? Wie schätzen Sie das ein? Vielleicht sowohl in Deutschland als auch international, Frau Pickert? Diese Verzahnung. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht vorher noch ein schneller Ausflug zu der Frage der Verhandlungen. Also wir, wir sehen auch, dass das, äh, nicht realistisch ist, jetzt alles auf virtuell umzustellen. Ähm, man muss ja auch alle an Bord haben, aber ich kann nur berichten, dass es in vielen international agierenden Gremien im Moment virtuell läuft und, äh, man zumindest wichtige Vorarbeiten machen kann, wo es auch um, um Gremiensitzungen geht und so weiter. Also es ist wirklich ein Annäherungsprozess und ich denke, es ist auch wichtig, ein Momentum zu halten international in den Verhandlungen, ähm, äh, und was immer das neue Normal ist, wissen wir, wissen wir nicht. Ähm, ähm, den Prozess auf die ewige lange Bank zu schieben, ist sicherlich keine, keine Option, aber wir müssen Inklusivität sicherstellen. Das ist wichtig, dass, äh, die diversen Interessenparteien auch beteiligt sind. Ja, zuletzt zu Ihrer Frage, ähm, die, die, es wird ja, es wird ja oft, äh, dann gerne auch ein potenzieller Konflikt zwischen den diversen Nachhaltigkeitszielen und auch Biodiversität und Klima aufgemacht. Der, der, der ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, aber es gibt sicherlich auch Wege, ähm, die Prozesse zusammen, zusammenzuführen und ich denke, da muss man auch an smarten Lösungen arbeiten. Ähm, ich meine, wenn man, wenn man, wenn man sich denn den, die Frage des, in Deutschland mal ganz konkret, des Ausbaus der Energie, der erneuerbaren Energien und, äh, den, den Schutz der Biodiversität, der Schutzgebiete, der Artenvielfalt anschaut, da ist der Konflikt und wir sehen ganz klar, die Aushandlungsprozesse in unserem eigenen Land, die dann notwendig, notwendig sind. Ähm, ich denke, das hält uns aber nicht ab von ambitionierten Zielen, ja, die wir dann wieder brauchen. Ebenso David Cooper sagte es wie die Mittel zur Umsetzung, die da, die dahinter gestellt werden müssen. Das kostet auch alles Geld und Ressourcen, ähm, gerade weil es sehr, sehr schwierige Aushandlungsprozesse sind, ähm, denen wir uns hier stellen, stellen müssen. Also es gibt Zielkonflikte, aber ich denke, äh, ich denke, dem müssen wir uns einfach durch, durch, äh, diese Zielsetzung, die ambitionierte Zielsetzung auch annähern und das gilt auch, gilt auch international, ja. Ähm, bei den Fragen der Schutzgebiete, also wir setzen uns, äh, ich sprach auch eben schon von diesem neuen Fonds, an dem wir arbeiten, an, da geht es ja letztlich auch um, 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 um den Schutz von Gebieten, die sehr artenreich sind, ja. Ähm, aber das muss natürlich immer mit Konzepten hinterlegt werden, die auch eine nachhaltige Nutzung des Drumherums und auch, äh, sozusagen der, der geschützten Gebiete selber, ähm, ermöglichen, ja. Ja, also, äh, das ist kein Entweder-Oder, das ist, dann wäre es, dann wäre die Diskussion viel leichter an der, an der Stelle und diese Art von, äh, klare Zielsetzung und moderierende Prozesse und wie, auch so eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, wenn man die mal nimmt, ist natürlich ein ganz wesentliches Instrument zum, zum, zum Dialog hier, um auch die verschiedenen Ressorts, weil es ja auch immer, an einer Stelle wurde ja auch gefragt, wie arbeitet die Bundesregierung denn dann hier zusammen, ähm, durch solche Strategien werden wir ein Stück weit alle gebunden in diesen notwendigen Whole-of-Government-Dialog, den der David Cooper auch angesprochen hat, zu, zu gehen und das ist sehr, sehr, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Ich habe im Chat gesehen, da wurden auch nochmal die, äh, die, die Merkel-Millionen angesprochen, das war da so schön formuliert, also ich sagte ja eingangs, ich wiederhole das gerne nochmal an der Stelle, das ist natürlich ein Niveau, was wir halten, wir, wir diskutieren im Moment, ähm, bei allen fiskalischen Risiken, die es jetzt durch Corona schlichtweg gibt, ja, also ich meine, das Thema liegt auf dem, auf dem Tisch, dass wir, dass wir, ähm, haushalterische, ähm, Engpässe sicherlich irgendwann auch wieder haben werden. Ist es der Bundesregierung von, aus, aus heutiger Perspektive auf jeden Fall ein Anliegen, auch einen finanziell, finanziell ambitionierten Rahmen im nächsten Jahr, so wir denn in den Verhandlungen dann noch vorankommen, auf die Beine zu stellen? Ohne hier spezifische Zahlen zu nennen, aber wir sehen den Trend da nach oben und nicht nach unten. Die Frage wollte ich aus dem Chat gern noch aufgreifen. Vielen Dank. Sehr schön, vielen Dank, wir haben das alle gehört, das, da werden Sie jetzt sozusagen dran gemessen werden. Ich höre leider die Glockenklingeln, das heißt, es ist hier sechs Uhr und unsere Zeit ist gerast, was kein Wunder ist bei einem so komplexen Thema. Ganz herzlichen Dank den, äh, drei Diskutanten Birgit Pickel, David Cooper und Georg Ling, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, wir haben natürlich nicht alles erschöpfend behandeln können, ähm, wir haben gesehen, es sind Machtfragen, es sind Fragen, äh, die zum Teil an ganz anderen Orten auch, äh, entschieden werden als in der Biodiversitätskonvention. Wir haben aber auch gesehen, dass an dieser, in dieser Konvention vieles ganz konkret verhandelt und angestoßen werden kann, was sehr wichtig ist, ähm, und werden den Prozess bis zum nächsten Jahr sicher alle verfolgen. Ähm, nochmal ganz herzlichen Dank und, ähm, ich, äh, muss mich auch bei vielen im Chat entschuldigen, weil man natürlich nicht alle Fragen sind, ganz viele Fragen gekommen, äh, schon stellen konnte. Wir nutzen das aber sehr gerne für die Vorbereitung, äh, der nächsten, ähm, ähm, Veranstaltungen, bei denen wir dann ja auch nochmal mehr in die Tiefe gehen können. Hier haben wir jetzt, glaube ich, doch einen ganz guten Überblick geschafft, äh, geschaffen darüber und auch Anstöße zum Diskutieren, mit was für einem riesigen Problem wir es zu tun haben. Barbara Unmüsi hat ganz am Anfang das Wort, ähm, verwendet alles. Es geht um alles. Und in diesem Sinne, äh, sage ich jetzt auf Wiedersehen und reiche nochmal an Barbara Unmüsi weiter für ein paar Abschiedsworte. Ihnen alles Gute. Wiederhören. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmenden, an die drei wunderbaren Panelisten, an dich, Christiane, für die Moderation. Im Chat war wirklich eine lebendige Diskussion, ähm, ich hoffe, es ist fruchtbar, dass Sie sich auch untereinander vernetzen können. Es gab sehr viele Links, Kommentare. Theo Kling hat schon geantwortet, dass sie da vielleicht später nochmal antwortet. Wir werden unser Bestes tun, alle aufgerissenen Fragen auch tatsächlich in kommenden Runden zu berücksichtigen. Christine Funke hat schon angekündigt, 15. Oktober ist unser nächstes Online-Seminar zu Gene Drives. Der 29. Oktober zu Digital Sequence Information und dann der 18. November zu dem Thema, was wir hier ja schon begonnen haben zu diskutieren, nämlich Nature-Based Solution. Wer missbraucht eigentlich eine gute Idee, wozu? Wer definiert Nature-Based Solution? Also drei Seminare, die Sie alle in unserem Böll-Kalender jeweils finden können. Darüber hinaus, und das möchte ich hier einfach, weil es mir so ein großes Anliegen ist, auch nochmal sagen. Eine Aufgabe der Heinrich-Böll-Stiftung ist informieren, aufklären. Wir unterstützen aber weltweit ja genau auch ganz viele Nichtregierungsorganisationen, lokale Akteure. Ich glaube, wir können mit Stolz sagen, dass wir sehr viel dazu beigetragen haben, dass der Räubusch-Tee die Frage zu Benefit and Access in Südafrika so sehr zu Gunsten der Indigenen dort ausgegangen ist. Also praktische Unterstützung all derer, die sehr konkret die Universität schützen und erhalten wollen. Die Handlungsspielräume auch demokratisch offen halten für Nichtregierungsorganisationen, für Indigene, für soziale Bewegungen. Das ist der Job der Stiftung. Und zum Informieren gehört nicht nur dieses Online-Seminar, sondern in Kürze wird herauskommen unser Schwerpunkt Biodiversität, unseres Böll-Magazins. Wir haben ja ein eigenes Magazin-Böll-Thema und das widmet sich auch nochmal ganz schwerpunktmäßig dem Thema Biodiversität. Es wird in den nächsten zehn Tagen erscheinen, in hoher Auflage, weil wir eben genau diesem Anspruch Rechnung tragen wollen, dass wir informieren, viele erreichen, weil, ich sagte es schon am Anfang, wir brauchen politischen Druck auch aus der Öffentlichkeit, weil diese Regierung auch hier in Deutschland braucht es auch, auch wenn wir über Whole of Government reden und über Cross-Cutting. Wir müssen Druck auf das Landwirtschaftsministerium machen, auf andere Ministerien, die eben Schaden anrichten, die zerstören. Auch wenn ich mich freue, dass das BMZ mit so vielen Millionen unterwegs ist, geht es ja darum, auch Schaden abzuwenden über andere Prozesse, über unser Wirtschaften, über unser Konsumieren. Mir bleibt jetzt noch nochmal Danke zu sagen, vor allem an unsere Kooperationspartnerinnen, an exzellente Übersetzerinnen, ganz herzlichen Dank. Das ist gut gelungen, glaube ich, dass wir auch in mehreren Sprachen kommunizieren konnten, nochmal an die Panelistinnen und Panelisten und dann aber vor allem auch nochmal an Christine Funke und Lili Fuhr, die diese Reihe mit unseren Kooperationspartnern aufbauen, konzeptionell begleiten und betreuen und genug geredet. Ich wünsche Ihnen jetzt allen einen schönen Abend und nochmal herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben heute. Ciao. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020